Servusle, schön, dass ihr reinschaut auf eine gemütliche Runde 7 Days to Die, mit dem Voucher und mit dem Nameless. Es wird Zeit, dass wir dem guten Vitamine besorgen. Ich habe jetzt gerade überlegt, wir wollten die Schmelze noch machen. Morgen ist Händler Reset, dann würde ich gerne die Mission jetzt erledigen, so bald als möglich. Wir bräuchten noch kleiner Stein und Leder. Leder hätte ich hier. Kleiner Stein werde ich wahrscheinlich holen müssen. Zumindest sehe ich jetzt hier gerade keinen. Da denke ich jedes Mal, es ist Horde Nacht. Jedes Mal. Guck mal her, da muss doch irgendwo kleiner Stein sein. Regnet es bei euch auch so oft im Spiel? Ich habe das Gefühl, bei mir regnet es ständig. So, oh, ich bin mal durchgekommen. So, machen wir hier mal die Butze zu. Ich klopfe mir jetzt irgendwo ein bisschen Stein weg und fertig, oder? Da wird ja irgendwo ein Steinbrocken sein. Dann könnte man nämlich die Schmelze laufen lassen. Und wenn wir die haben, gehen wir die Mission erledigen, auch wenn es nacht ist. Vielleicht finden wir ja unsere Vitamine. Achso, aber die Schmerztablette kann ich ja schon mal nehmen. Ist schon mal besser als nichts, oder, Dicker? Ja, ist schon mal besser als nichts. Wenn das Leben so langsam wieder zurückkehrt. Das dauert halt so lange. Sag mal, so ein Steinhaufen irgendwo geschwind auf die Schnelle. Unglaublich. Das ist ja unglaublich. Das Problem ist halt wirklich, dass er unheimlich Durst hat und so weiter. Also wir müssen echt mal gucken, dass wir das baldmöglich wieder in den Griff kriegen. Oh, da hätten wir eventuell eine Chance auf den Honig, leh. Krieg ich den? Da ist keine Munition mehr. Und keine Ausdauer, Alter. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich muss echt gucken, Dicker, dass ich überlebe momentan. So. Krieg ich kein bisschen mehr raus, gell? Ja, besser als nichts. So. Dann haben wir ein bisschen Fleisch schon mal. Da kann man eigentlich ein Regenfass aufstellen. Ich brauche trotzdem noch Stein, ne? Naja, dann gehen wir halt, ähm... Ich überlege gerade. Ich habe ja unten im Bunker bei uns zu Hause auch noch nicht alles gemacht, ne? Vielleicht machen wir das erst und gehen morgen früh. Dann haue ich mir die nächste Nacht erst um die Ohren mit einer Mission. Suche etwas zu trinken. Du stirbst an Dehytrierung. Es regnet. Meine Ausdauer tickt jetzt gar nicht mehr hoch. Oh, das ist aber auch neu. Ich glaube, ich habe noch nie den Fall gehabt, dass meine Ausdauer nicht mehr hochgetickt wäre. Wo kriegst denn du jetzt was zum Trinken kurz her, Dicker? Ich bin ja überzeugt davon, dass hier irgendwo irgendwelche Wasserdinke... Ich kann nichts mehr machen im Moment. Das kenne ich so auch noch nicht. Mein Fleisch und alles. Das heißt, wenn jetzt Zombies kommen, machen sie mich alle, ne? Guck mal, ich habe null Ausdauer. Wie du das geschafft hast. Da ist sie in der Kiste. Guck aber, da bricht man durch. Muss aufpassen. Unglaublich, es spielt sich hier ab. Und drin sind tausend Zombies, weißt du? Der sogenannte Tropfen auf den heißen Stein. Auf den heißen Magen. Oh Gott, es ist bitter. Aber hey, wenn ihr Glück habt jetzt gerade, dass ich da oben geguckt habe. Komm, wir probieren mal, ob wir noch den Honig hier kriegen. Ein bisschen Energie nachticken lassen. Mies ist ja, wenn du im Regen stehst und dann sagt dir das Spiel... Ich glaube, ich gehe kurz zum Automat beim Händler. Haben wir das Geld zufällig dabei? Ja, das reicht doch. Wieso habe ich das nicht gleich gemacht? Nicht mal den Honig drin. Komm, wir gucken kurz, dass wir beim Händler was zum Essen, zum Trinken holen. Dann machen wir bei uns daheim die Schmelze klar. Auf dem Weg finde ich jetzt bestimmt Stein. Machen wir bei uns daheim dann die Schmelze klar. Schauen noch in die Türen rein, die wir nicht entdeckt haben bis jetzt. Essen was, trinken was und so weiter. Und morgen früh gehen wir dann Mission machen. Bin ich jetzt gerade nochmal geschwind umentschieden. Da ist ein Stein, komm bevor wir wieder. Wie viel brauche ich? 50 insgesamt, also noch 9 Stück. So. Wie weit ist denn der Händler weg? Ja, das geht doch. Schaffen wir das dann rechtzeitig, bevor dann wieder hier Nacht wird und die da... Werden wir schon schaffen. Auf geht's, das geht jetzt vor. Survival is first. Haben sie gesagt. Da sind bestimmt irgendwo Wassertürme. Ich habe nur im Prinzip momentan nicht wirklich welche gesehen, die ich kenne von früher, weißt du? Oh, shitty. Nicht drum drehen. Wenn man sich nicht drum dreht, passiert nichts. Hier zum Beispiel ist bestimmt vielleicht Wasser drin. Ich muss tatsächlich sagen, rein von meinem Empfinden, es ist knackiger. Man könnte es fast schon auf normal spielen. Wir sind ja auf Normade. Ich versuche das auch beizubehalten, solange ich es kann. Weil wir werden ja auch stärker. Aber es ist meiner Meinung nach wirklich knackiger geworden. Ich habe bestimmt daheim auch noch einen Tee irgendwo in der Kiste, die ich wegräumt habe. Jetzt gehen wir erstmal kurz bei ihm. Oder gleich im Automat. Hä, weißt du, wir kaufen das jetzt einfach schon mal. So, das wäre mal ein Anfang. Du kannst ja gleich mal eins trinken. Servus, Digalle. Dann bin ich wieder. Ich habe mir das nochmal überlegt. Mit dem Schamshüpple. Komm, das hat super gute Werte. Jetzt sind wir blank, gell? Ja, aber er freut sich schon, der Gute. Wie viel habe ich jetzt wieder? Elf? Hä, das wollte ich anders. Ach so, ja. Den Topf kannst du haben, habe ich schon ein paar daheim. Die kannst du auch haben. Ich spiele eh nicht damit. So. Für den roten Tee 144, ne? Da kriege ich 44, da kriege ich dann nur 10. Den Rad, das Reifle behalten wir. Nichts, komm, so muss reichen. So, Quest haben wir. Gucken wir, dass wir heimkommen rechtzeitig. Die Schmelze kann ich schon mal aufbauen. Also die Schmiede. Die können wir dann daheim gleich setzen. Geh mal. Und ich bleibe mal ein bisschen von der Lumpsch-Taste jetzt weg. Vitamintabletten habe ich halt immer noch keine. Da hoffe ich ein bisschen, dass wir welche finden. Beziehungsweise am Tag 4 beim Händler-Reset eine kaufen können. Nehmen wir alles mit vor, was wir dann heute Nacht jetzt gleich zusammengruscheln werden. Wir haben jetzt noch eine Dreiviertelstunde-Stunde-Zeit. Lass mich mal kurz gucken. Waren wir an dem oben? Ich dreh durch. Siehst du, was ich sehe? Wasser. Jede Menge Wasser. Dann ist doch alles gebongt. Gehen wir erstmal Wasser abkochen. Wie weit ist denn das Gebäude weg von unserer... Naja, können wir auch vielleicht morgen früh in aller Herrgottsfrühe schon rüberschlappen. Richtig. Bin es noch nicht so gewohnt. Hier in dem schönen Zimmer. So, gehen wir erstmal rein. Sicherheit ist anders, aber trotzdem. So, Leute. Ein Tag zu Hause im Glück. Holz sind noch sieben Stück drin. Da haben wir auch noch genug. Ich mache das mal da rüber. Ich schalte es schon mal ein. Erstmal... Au, Speck mit Eiern. Drei Stück. Restliches Fleisch haue ich durch. Und... Bäm. Da haben wir vier Minuten, fünf Minuten. Gehen wir mal von sechs Minuten aus. Ah, da war ja genug Holz drin. Ich habe auch schon wieder auf die falsche Zahl geguckt. Das läuft. Dann würde ich sagen... Einmal hier die Romatz. Die war auf jeden Fall... Hier kurz einmal... Händler. Zack, zack. Das bleibt mal hier. Ach so, ähm... Wie hießen die nochmal? Die beschrifteten Kisten. Die hieß anders. Wie hieß denn die nochmal? Jetzt weiß ich den Namen nicht mehr. Ich würde mir nämlich gerne... Diese Kisten mit den Nägeln, weißt du? Sind es die hier gewesen? Ich glaube, ja. Ich glaube, mir vorstellen, die sind es. Komm, wir gehen mal runter. Bis das durch ist. Wir haben ja jetzt gerade gegessen und getrunken. So, gehen wir hier lang. Also, das kommt ja weg. Diese Loot-Container hier drin in meiner Butze, die brauche ich, wie gesagt, nicht. Auch wenn das nachspawn würde. Ich mache die mal weg, weil ich es einfach dann so schöner finde. So, da habe ich gestern tatsächlich noch reinschauen wollen, als ich das Sprüchle gebracht habe. Mich interessiert es nicht. Habe es aber dann wieder vergessen gehabt. Klar interessiert es mich, was drin ist. Die hebe ich mal auf. Das auch. Machen wir mal ein bisschen leiser. Wir müssen ja jetzt nicht gleich schon wieder ins nächste Ding kommen. In 17 Minuten ist dann übrigens auch endlich mal die Vitamins-Geschichte erledigt. Falls wir nicht jetzt zufällig hier unten was finden. Machen wir mal unsere Butze klar, dass wir wissen, von was wir hier überhaupt reden, weißt du? Schmelze baue ich unten auf. Genauso wie wir das erste Lager hier unten aufbauen werden. Schauen wir mal, was wir hier überhaupt alles haben. Weil das sind, glaube ich, noch zwei Türen, die wir nicht geguckt haben. Hier drunter könnte theoretisch auch noch was sein, ne? Das ist arg laut, obwohl ich knie. So, die Paletten, die gehören eigentlich auch noch weg. Komm, wir lassen uns, wir haben ja morgen wieder eine Action-Runde, lassen uns mal ein bisschen sauber machen. Okay. Ich habe keinen Stein mehr, weil ich ihn komplett verbraucht habe. Aussauber gemacht. Das war's schon, ihr seid erlöst. Das ist ungewohnt. So. Naja, da lassen wir uns schon nur was einfallen, würde ich sagen. Das sind auch nochmal Nägel. So, die Rohre wären wir wahrscheinlich weg. Dann baue ich mir vielleicht die Werkstatt weiter unten, je weiter ich weg bin mit dem Lärm und so, oder? Die ist verschlossen. Was ist da wohl hinten dran? Sind die hier, ist die auch verschlossen hier, die da? Die ist auch verschlossen. Jetzt gehen wir erstmal hier runter, kurz. Das sind doch bestimmt noch mehr hier unten, oder? Halbi, Diggerle. Au. Problem ist, ich habe meine Dings gerade nicht repariert. Ich glaube, wir kämen hier hinter die Türen, ne? Die verschlossen sind. Natürlich müssen wir sie sowieso irgendwann weghauen. Klebeband. Der ist doch nicht der einzige. Hier könnte überall was hinten dran sein. Ich muss Hochstein holen. Steine kann man nicht irgendwie pressen, oder so, gell? Ja, du könntest... Hä? Kleiner Stein, Stein. Was ist das für komisches Geräusch gerade? Ah ja, da brauche ich jetzt erstmal Werkzeug. Ey, bin gerade am überlegen... Wir gucken mal, was das für Räume sind, bevor ich mich jetzt für irgendwas entscheide, wo wir es hinbauen. Weil küchenmäßig finde ich ganz gut. Die Küche gefällt mir hier sehr gut, ja? Dann schauen wir mal, wie die Räume aussehen. Die müssen wir allerdings auch aufschlagen. Wir können zwar nach dem Gebäude hier uns durchkruscheln, aber Küche lassen wir. Möglicher Geschichte wäre, dass wir hier was aufbauen. Oder in den Räumen entsprechend Lager einrichten und dann die Werkstatt. Aber jetzt muss ich erstmal kurz Stein besorgen. Hier will... Ich kann ja jetzt nichts wegklopfen im Moment hier einfach so, ne? Ich muss erstmal einen Stein finden. Auf die Schnelle. Oder ich habe oben noch einen drin. Beim Futter. Die war ja zerstört hier, ne? Frage ich mich natürlich gerade. Da müssen wir nicht noch reingucken, gell? Ne. Ob wir hier im Hof noch einen rumliegen haben? Ich gucke mal. Und übrigens, meine Pflanzen habe ich da hinten im Kistle drin gelassen. Die sind rausgeflogen beim Abbauen und ich habe sie nicht wieder eingesammelt. Die sind jetzt weg. Ich mache nicht so laut. Hier sind sie mir rausgefallen. Sind sie weg. Muss ich neue holen. Die, 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 die. Ich hoffe die ganze Zeit drauf. Da ist halt schon auf, weißt du. Achso, die kann ich ja wieder... Das ist Metall. Ne, wir müssen kurz raus. Hilft nichts. Es geht doch. Es geht doch. Spiel. Ich bräuchte allerdings noch mehr, ne? Wenn ich mit einem Stein jetzt hier rumgegehe. Gehen kurz raus. Scheiß drauf. Wie ist das alles nicht mehr so geheuer? Hier, guck mal. Ich habe schon ein bisschen mehr Respekt als in der letzten Staffel. So, jetzt gehen wir kurz oben abladen. Und dann gehen wir uns die ganzen Dinge einmal angucken. So, guck dir das an, oder? Ist das ein Paradies? Das ist ein totale Paradies. Wo kommen die jetzt alle wieder her? Ist das eine Wanderhorde? Ich habe schon wieder keine Energie. Und schon sind sie durch. Scheiße, ich habe keine Energie. Ich habe keine Munition und nichts, ne? Ich sterbe jetzt, weil ich dieser Horde nicht gewachsen bin. Ist das normal? Boah, alter Schwede. Ich meine, dass die so schnell durch die Tür kamen, ist normal. Aber Wahnsinn, oder? Auf einmal habe ich sie angeloggt. Mein Zeug liegt unten. Die Zombies sind da. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie viel Uhr. Kann sein, dass sie jetzt gleich hochkommen, ne? Wo sind sie denn? Ich kann doch jetzt nicht drei Stunden, fünf Minuten. Habe ich die hier aufs einem anderen Gebäude gelockt? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Die Zombies sind da. was mache ich denn ich bin so ganz kleines bisschen geflasht jetzt mit ihr auf einmal da waren war bestimmt eine wanderhorte oder ich bin total weg das sicher damit gerechnet ich war ja extra noch ein bisschen leise als sonst und so ne ihr wisst wie ich mein als ob es nie passiert wäre sind sie auf einmal nicht mehr da so da wollte ich kurz gucken ob es die sind ja ja das sind sie die brauner jetzt gehen wir gleich runter dieses rote licht da hinten hat die bestimmt anglockt ich sag's dir sehr geil was hier abgeht ich probiere aber trotzdem die einstellungen nicht unverändert zu lassen ja wir beißen es dadurch ja ist okay dann hast du es jetzt halt so gemacht nimmst du die sachen wichtigerweise raus die du brauchst das wäre das das und das stein war da nicht noch stein doch stein das nehme ich schon mal mit ich habe jetzt auch keine munition mehr gehabt das will ich dann gleich einschmelzen wir machen uns erstmal eine gemischte schmelze würde ich sagen und später dann entsprechend eine andere noch also wir bauen das so wie immer halt machen die ganz schon mal mit und das essen muss jetzt nichts mehr bis total happy mit allem kommen wir gehen jetzt runter ich will wissen was hinter den türen sich auf hält ich werde auf jeden fall hier unten alles verstecken wenn dich da so eine kleine wanderhorte schon so aus den socken raushaut sogar hier unten ist doch jetzt normalerweise immer doch weit weg von allem was wir anlocken können oder nach 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 in on voucher store ich nervt mittlerweile schon der lärm den ich hier unten machen wohl da niemand sein dürfte so jetzt bin ich gespannt halt was später oder aber hält wieder mit mangel und so ist erledigt wo fangen wir an hier hier ja ja das ist einfach nichts mit dem mit der energie momentan wir müssen skills kills kill ich schaffe ja gerade mal aber ein schläge weißt du ich habe voll das energieproblem danke ich danke dir mein freund verringert die ausdauerkosten von nahkampfwaffen und wegzeugen von kräftigen angriffen todesstoß gewährt zehn ausdauer ich wollte eigentlich fahrrad aber ich habe mich gerade aber umentschieden zieh dir mal rein jetzt bestimmt in jedem raum jetzt noch voll die action müssen aufpassen ich habe das blöde gefühl das ist ein loot gebäude das man beim händler auch kriegen kann dass ich nicht aussehen resettel weißt du so badezimmer haben auch wie lang dauert es bis ich die auf hätte da werde ich wahrscheinlich irgendwann mal eine offscreen runter machen müssen so kommen wir mal weiter da haben wir unser loot gebäude von wegen wir sitzen nur daheim rum ich hätte es nur nie gedacht weißt du wie war mal das mit der schmelze eigentlich irgendwie hätte ich es cool gefunden wir hätten hier unten aber hier ist ja ich muss halt die zukunft in planen ich glaube einfach einfach dass wir hier schon mal anfangen die erste schmelze da hinzusetzen das war ein anfang haben einfach so da war schon mal das erste messing die heatmap freut sich die zombies die es hören auch müssen wir hier hinten dran gucken nein so leute der nächste zwei sehe ich schon mal oh cool die denken sie kriegen mich nicht wenn sie hier runter gehen die probieren also theoretisch könnte ich doch die jetzt die tür aufmachen lassen oder der hatte geht's getötet ja mach du mal das ich ruhe zu lang hätte es auf dem pfad wo ich jetzt sitz sieht es für die momentan so aus als ob sie außen rum müssten ne da esse ich schon mal ein Stückchen thunfisch nicht verschwenden jetzt man gerade den guten thunfisch konnte ja nicht für immer klappen wie viel schaden hat er jetzt gemacht für das kleine aktionchen nicht so viel 200 vielleicht da hat sich nicht so gelohnt okay hier ist nur ein bisschen material drin da könnte man dann schön ich muss das kurz mal angucken dann wäre das natürlich schon mal stylisch aber du kriegst erstmal in des regal müsste ich oben das regal weg machen dann krieg ich zwei rein das sieht doch super aus hier und dann kann ich sie beschriften an und abmelden du musst die beschriften auswählen glaube ich vorher das habe ich vergessen ich gucke mir das noch mal kurz an was heißt an und abmelden verwende beschreibbare aufbewahrungskiste ich glaube ich habe das ich habe es nicht ausgewählt na du musst glaube ich hier rein beschreibbare aufbewahrungskiste holzschreibtisch jetzt steht drauf an und abmelden jetzt wissen wir es komm wir machen weiter wir machen einfach mal weiter als wäre nix es ist knackig aber man muss ein bisschen auf die haben ja nur 300 hier die kann mal weg machen dann haben wir hier einen schönen großen raum auch nächste es scheint keiner dazu sein jetzt wissen wir wie die halbis zustande kommen ich würde einfach mal spontan sagen jetzt haben wir uns das gebäude aber noch mal verdient nicht nur einmal scheint keiner da zu sein wie wie gut kann man denn mit dem gebäude des seien oder nun gut das kommt natürlich alles weg hier der schrott buch egal da hätte ich mir aber jetzt schon ein buch gegönnt nägelchen aber beim fernseh sind auch schränke guck mal das ist meine base hier sind wir daheim leute da bleiben wir nochmal hier die säcke habe ich nicht damit gerechnet spinnt ist nix drin für uns lederkoffer auch schön auch schön auch schön auch schön lauter schöne sachen dachte schon da kommt das nächste ein selbstgebautes gewehr das habe ich auch noch nicht probiert ist schon wieder jemand ist schon wieder jemand ich muss raus halt jetzt gucken tja den tresor machen wir die tage mal da hocke ich mich jetzt nicht dran und klopfe den auf wir gehen lieber zum händler jetzt dann nachher gleich rüber frage haben wir alle haben wir alle hier war keine den haben wir den haben wir und den haben wir die zimmer haben wir die schmelze schmelz gehen wir kurz raus das weg machen bevor der mir die ganzen mauern einreißt oh scheiße den traue ich mal ehrlich gesagt jetzt nicht zu der macht mich blatt haben wir wirklich gar keine munition mehr ne wir gucken dass wir zum händler kommen ok das kannst du abbauen der hat gelbe augen gehabt ne da sollte man wenigstens muni haben der hat gelbe augen gehabt ey was passieren hier bitte für dinge als ob ich ein neues spiel spiele zwischendurch der lebt noch scheiße jetzt haben wir an du ratte oh der ist gar nicht so kompliziert oder hat der da drüben jetzt richtig fett abgekriegt oder da ist halt irgendwas explodiert oh da kommt mein fleisch wieso habe ich jetzt jetzt wollte ich gerade sagen habt ihr es gesehen oben auf dem kompass wollte ich sagen wieso haben wir jetzt zwei missionen ach so die mission wollten wir eigentlich machen ganz ehrlich ich traue mich ja gar nicht mehr raus was hat denn der da jetzt bitte das hier hat er verbrochen also pass auf ich sehe auch gerade dass die zeit mal wieder davon geflogen ist wir machen es so wir gehen morgen gemeinsam die mission machen und dann zum händler brauche ich da als nächstes die da gell die eisentür mir ist es mittlerweile echt unwohl hier komm die baume haben es noch geschwind mindestens für die außentür ah scheiße das ist noch gar nicht ganz durchgelaufen weißt du was hol dir doch einfach frisches holz und lass es durchbrennen so wie ich es immer gemacht habe weißt du leben muss noch mit rein also dann sehen wir uns morgen hier dann machen wir oben die stabile die tür klar und ich würde sagen wir räumen dann auch schon mal so langsam aber sicher vielleicht die sachen runter lassen oben erstmal nur den schlafsack stehen ja ich gehe rüber in die nächste folge ich bin sehr sehr gespannt also mein lieber man da geht schon was aber was macht saumäßig laune freue mich dass wir eine runde spielen so bis dann bis dann